Der Haupteinsatz des Ligasano Trapezpolsterverbandes ist die Position des Kopfes in Bauchlage. Der Kopf ist dabei stabil fixiert. Augen, Nase, Mund und Tubus sind für Sie von beiden Seiten frei zugänglich. Eine zusätzliche Polsterung verspricht der Einsatz von Ligasano Vice. Ligasano Vice wird nach drei Tagen entnommen und ein neues Stück eingesetzt, damit die Stirn einfach optimal druckentlastet ist. Eine Überstreckung des Nackens wird durch die Höhenverstellbarkeit verhindert. Das heißt, Sie haben hier einzelne Stücke, 2 cm, 1 cm, die Sie nach Belieben abreißen können, aber denken Sie dann, was abgerissen ist, ist dann einfach verloren. Das Ligasano Trapezpolster ist sehr stabil, dank der breiten Auflagefläche. Und Sie können das Ligasano Trapezpolster natürlich auch zur Positionierung zum Beispiel vom Oberschenkel oder des Unterschenkels oder vielleicht auch des Oberarms einsetzen. Also ganz wie Sie möchten, die Einsatzmöglichkeiten sind sehr flexibel.